Bin ich denn da gelandet? Da schmeckt's gut! Grüß dich! Grüß dich! Du bist in einer Weihnachtsbäckerei von der Therese Mölk? Asperle! In der Weihnachtsbäckerei! Kannst du mir gleich helfen, anstatt singen mit Kekse ausstechen? Schau, nimmst du einen Stamm! Na schon ein bisschen schieren, schau! Muss ja nicht ausschauen! Aber es muss ja schnell gehen! Das nehme ich mit für eine Feder! Mit Naschen! Ich muss ja probieren! Ich hilf dir da und ich mache halt etwas eigenes! Was machst du denn? Ja, halt bei Schaschen-Säcken! Das können wir aber nicht backen, so groß! Wieso nicht? Achso, logisch! Weil der Mund fällt! So Lüsi, tun wir jetzt für 10 Minuten in den Ofen, sollen wir deinen Schnee mal nach mit backen? Ja, logisch! Wenn er nicht schmilzt! Hier haben wir den Walper der Therese Mölkdäger gekauft, ich warte da nicht 10 Minuten! Ja! 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 Ja!